auf streifzug durch die vergangenheit beim tag des offenen denkmal ob denkmal oder bau kulturell bedeutsame orte ob mit führungen oder auf eigene faust die pforten wurden weit geöffnet eigentümer besitzer und institutionen haben eingeladen auf spurensuche in der stadt geschichte und auf der suche nach geschichten der bauwerke längst vergangener zeiten erlebnis pur und erinnerungen satt in historischen bauten die sonst nicht oder nur teilweise für die öffentlichkeit zugänglich sind meine kultur spuren in oberhausen führten mich in die evangelische kirche schmachtendorf meiner tauf und konfirmationskirche nach der profanierung der seit 1906 geweihten kirche kümmert sich der 2018 gegründete verein kirche schmachtendorf liebevoll und hingebungsvoll um den fortbestand des seit 2015 eingetragenen denkmals welches heute als veranstaltungsstätte genutzt wird im ehemaligen fahrhaus wurde ein wunschcafé eröffnet